Geht das? Nö, vom Bild her geht's. Alles klar, dann bitteschön. Ja, erstmal danke, dass Sie uns die Zeit genommen haben. Glückwunsch zum Tor. Hauen Sie jetzt öfters in der Saison rein oder wie sieht es aus? Ja, ich probiere natürlich hin und wieder vorne mal aufzutauchen. Und wenn der reingeht, ist das natürlich schön. Haben Sie sich speziell irgendwelche persönlichen Ziele gesetzt für die nächste Saison? Oder sagen Sie den Menschen, ich dachte, völlig überraschend. Überraschend ist vielleicht das falsche Wort, aber einfach genießen, dass man jetzt in der dritten Liga angekommen ist. Und ja, da brauchen Sie einfach eine Maske zu tun. Gibt es einen Gegner, worauf Sie sich am meisten freuen? Wie Sie sagen, Mensch, da wollte ich immer schon mal gegen spielen? Ja, ich glaube, es sind so viele Mannschaften dieses Jahr dabei, wo man sich drauf freut. Genauso glaube ich auch, dass andere Mannschaften sich freuen, wenn sie gegen uns spielen. Gute Nacht, das ist schon. Vielen Dank. Schönen Sonntag.